Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zum SG-Index-Checker Mittag, präsentiert von der Societe Generale. Mein Name ist Bastian Galuschka und wir wollen uns heute den Dow Jones aus technischer Sicht etwas näher ansehen. Wie auch die anderen beiden Indizes hat der Dow Jones mit der Entwicklung in den letzten Wochen neue Allzeithochs erreicht. Hier sehen Sie das Gap vom 1.11. auf 4.11. und genau mit diesem Gap ist sozusagen dann auch dieses mittelfristige Kaufsignal entstanden. Der Index hat sich dann von 27.400 Punkte bis auf 28.090 Punkte nach oben geschraubt. Bei 28.057 Punkten wiederum lag ein markantes Projektionsziel. Das heißt, man kann mit dieser mittelfristigen Entwicklung erst mal zufrieden sein und wie Sie sehen, hat diese Projektionsmarke dann auch erst mal zu einer Konsolidierung geführt. Viel ausrichten konnten die Käufer bzw. die Käufer schon, die Verkäufer allerdings nicht in den letzten Tagen, denn bereits bei 27.775 Punkten drehte der Index wieder nach oben ein. Und die Kernfrage wird jetzt natürlich lauten für diese Woche. Reicht das schon wieder auf der Unterseite für auch dann für neue Allzeithochs oder gibt es noch mal eine Fortsetzung dieser Bewegung? Ich habe am Freitag ja auch schon gesagt, dass das ein wichtiger Handelstag sein wird. Am Freitag haben es die Verkäufer auch noch mal probiert, aber ganz klar die Käufer dann ein Ausrufezeichen gesetzt. Das heißt, wenn wir kurz auf die Wochenkerze schauen, ist das auch nicht das Bärische, was sich der ein oder andere Verkäufer gewünscht hätte. Also diese Chance wurde erst mal vertan. Dennoch muss man natürlich sagen, entstehen neue Tiefs unter 27.675 im Wochenverlauf, dann käme ein Pullback an die Marke von 27.400 Punkten in Frage. Das könnte dann wie folgt aussehen. Wir unterschreiten also den Trigger, setzen auf, auf diesen Zwischentief bei 27.526, erholen uns noch mal etwas und fallen dann auf die 27.400. Dieses Ausbruchsniveau dient natürlich jetzt als starke Unterstützung und klassische Pullback-Käufe könnten bei 27.400 Punkten durchgeführt werden. Solange allerdings das Vorwochentief hält, das wäre jetzt für mich die Bedingung für alle, die Richtung Long ausgerichtet sind. Solange dieses Tief hält, ist die Chance da auch direkt auf neue Allzeithochs zu marschieren. Hier wäre sicherlich mit Blick auf die absolvierte Abwärtsstrecke auch das 61.8 Retracement erwähnenswert und dieses notiert auf Basis dieser Abwärtsstrecke bei 27.932 Punkten. Das heißt, sollte der Index, und es deutet ja vieles heute darauf hin, sich noch etwas positiver entwickeln zum Wochenstart, wird in diesem Bereich schon eine Vorentscheidung fallen, geben die Käufer weiter Gas und schaffen es, den Index über dem 61.8 Retracement zu halten. Dann sind bald neue Allzeithochs möglich. Gibt es nach positivem Start heute ein bärisches Reversal, dann ist diese zweite Abwärtsstrecke auch mit dem unteren Ziel noch zu erreichen oder besser gesagt noch zu absolvieren. Das Ganze wie immer für Sie auch dann nochmal im Stundenschart unter der Lupe. Ja, es waren ziemlich, ja wie soll ich es beschreiben, unbrauchbare Muster in der Vorwoche, muss man sagen. Also die Hauptbewegung ist meistens in der ersten Handelsstunde vollzogen worden, beziehungsweise dann der Bruch der 27.900 hat hier ein Verkaufssignal ausgelöst, aber es kam dann eben nach einer sehr schwachen Handelsstunde am 20.11. hier nichts mehr nach von den Verkäufern und die Käufer haben dann immer wieder dagegen gehalten und so eine zähe Aufwärtsbewegung eingeleitet, wie Sie hier sehen. Also es ist grundsätzlich erstmal eine Aufwärtsbewegung seit dem Vorwochentief, aber sehr wenig Dynamik drin und das muss sich in dieser Woche aus Sicht der Käufer in jedem Fall bessern. Oberhalb oder formuliere ich es einmal anders, unterhalb von 27.905, 27.923 bewahren sich die Verkäufer Chancen. Denkbar wäre jetzt heute, dass der Index mit positiver Öffnung erstmal das Gap schließt und dann hier schon eine wichtige Entscheidung in der ersten Handelsstunde fallen wird, fallen wir unter diese Reihung ansteigender Tiefpunkte und unter diesen grünen Balken, das wäre so im Bereich 27.87, dann sehe ich eigentlich den Index relativ zügig wieder in Richtung der Vorwochentiefs fallen. Unterhalb der 27.676 wären dann auch zügig Kurse um 27.500 Punkte erreichbar. Das ideale Rücklaufziel hatte ich am Tagesschart genannt, 27.400 Punkte. Wie könnte man also nun tradingtechnisch vorgehen? Der Index dürfte heute mit einem Up-Gap eröffnen, das heißt mit einem Gap dieses Gap schließen. Der Chart ist also zur Oberseite erstmal bereinigt. Sie könnten sich folglich die erste Handelsstunde mal anschauen. Bietet sich hier oder bildet sich hier eine bärische Reversal-Kerze, dann besteht für Sie die Chance, im Bereich des 61.8er-Retracements nochmal auf eine zweite Abwärtsstrecke zu spekulieren. Das wäre also ein Handelsansatz. Der Stopp liegt dann natürlich spätestens oberhalb von 28.090 Punkten, müsste aber oder könnte auch schon im Bereich dieser Umkehrkerze dann also am Hoch der Umkehrkerze in den Markt gelegt werden. Und es ist dann die klassische Spekulation auf eine zweite Abwärtswelle A, B, C. Die andere Variante wäre wie folgt. Sie gehen davon aus, dass der Index sich nachhaltig nach oben lösen kann. Das heißt, diese Widerstandszone wird zur Unterstützung, setzt der Index dann nochmal zurück und macht sich in der Folge weiter nach oben auf. Kann man sich hier Long einklinken. Der Stopp müsste dann in diesem Fall spätestens unter 27.676 liegen, könnte aber auch schon auf etwas höherem Niveau hier, also im Bereich 27.880 liegen, wenn das Gap geschlossen wird und der Index hier wieder nach oben abdreht. Also diese zwei Hauptvarianten sehe ich erstmal. Von der Struktur her gefällt mir die Aufwärtsbewegung hier nicht wirklich. Man hat allerdings aus ähnlichen Situationen bei Niedrigwohler Phasen auch oftmals gesehen, dass die Indizes dann trotzdem nach oben durchmarschieren. Deswegen geben Sie jetzt nicht so viel auf diese bärische Flagge. Behalten Sie es im Hinterkopf und fahren Sie erst größere Positionen, wenn Sie aufkommende Schwäche sehen und das Ganze dann auch zur Unterseite aufgelöst wird. Wenn Sie etwas handeln möchten auf den Dow Jones zum Wochenstart, habe ich Ihnen wie immer zwei Derivate mitgebracht mit der WKN SR145A, ein Turbo-Endless-Call, Basispreis gleich Knockout-Schwelle bei 25.100 Punkten, knapp der Hebel bei 10. Und die Short-Variante mit der WKN SC3V6B, ein Turbo-Endless-Put, Basispreis gleich Knockout-Schwelle bei 30.543 Punkten, der Hebel bei 10,3. Wie man an dieser Stelle wünsche ich Ihnen viel Erfolg und natürlich auch insgesamt eine erfolgreiche Handelswoche. Guten Wochenstart. Wir hören uns, wenn Sie möchten, gerne morgen wieder zum nächsten SG-Index-Check am Mittag. Machen Sie es gut. Tschüss.